Grüne Hügel, die Höfe, kleine Milchbauern und kreisende Adler bestimmen das Bild im Westen des US-Bundesstaats Wisconsin. Und seit einiger Zeit auch Wahlplakate. Während der eine Landwirt für den Demokraten Joe Biden wirbt, gibt sich sein Nachbar als Anhänger des republikanischen Amtsinhabers Donald Trump zu erkennen. Wisconsin, im mittleren Westen der USA, gilt als einer der Schlüsselstaaten bei der Präsidentschaftswahl am 3. November und ist deswegen besonders umkämpft. Die Demokraten wollen nicht den Fehler von Hillary Clinton im Wahlkampf 2016 wiederholen. Die damalige Präsidentschaftskandidatin hat den Bundesstaat kein einziges Mal besucht. So sicher ist sie sich gewesen, dass er wie bei allen Präsidentschaftswahlen seit drei Jahrzehnten wieder an ihre Partei gehen würde. Trump hat Wisconsin letztlich mit nur rund 22.700 Stimmen Vorsprung gewonnen. Es ist eine der Säulen seines überraschenden Wahlsichts gegen die Favoritin Clinton. Der Republikaner ist im diesjährigen Wahlkampf schon mehrfach nach Wisconsin gereist, ebenso wie sein Herausforderer Biden, obwohl der wegen der Corona-Pandemie extrem vorsichtig ist. Die Demokraten haben sogar im August ihren, letztlich wegen Corona weitestgehend virtuell ausgedrangen, Nominierungsparteitag in Milwaukee in Wisconsin abgehalten. Das letzte Mal habe man sich von den Demokraten ignoriert gefühlt. Dieses Mal schenkt man den Leuten in Wisconsin mehr Aufmerksamkeit. Darren von Ruden kennt die Namen aller seiner 50 Kühe auf der Weide. Seit Trumps Amtsantritt haben 2290 Milchviehbetriebe in Wisconsin schließen müssen, sagt der Bio-Bauer und Vorsitzende des Bauernverbandes in dem Bundesstaat. Grund dafür seien die wachsende Macht der großen Agrarunternehmen und die Überproduktion. Für Landwirte, die Trumps Kampagne gegen Einwanderer unterstützen, hat er kein Verständnis. Mehr als die Hälfte der Helfer, bei der Milchproduktion seien Einwanderer, oft Mittelamerikaner ohne Papiere, sagt von Ruden. Warum sollte man für jemanden stimmen, der all deine Arbeiter rausschmeißen will? Milchwirt John Schaller hat zehnmal so viele Kühe wie der Bio-Bauer und fürchtet sich vor einem demokratischen Amtschef im Weißen Haus. Sie wollen uns mehr Sozialismus aufdrängen, statt dass die Menschen selbst für ihre Angelegenheiten verantwortlich sind, sagt Schaller, der kürzlich Vizepräsident Mike Pence auf seiner Farm empfangen hat. Das ist nicht das, was unser Land großartig gemacht hat. Amerika wieder großartig zu machen, ist Trumps zentrales Wahlversprechen 2016 gewesen. Die Wähler in den ländlichen Gebieten von Wisconsin haben das Gefühl, dass die großen Parteien sie vergessen haben, sagt Joseph Haim, der bis vor kurzem Politik an der Universität von Wisconsin in La Crosse gelehrt hat. Dann ist 2016 Trump gekommen. Der hat eine Botschaft für die Leute vom Lande. Ich höre euch zu, ich vertrete euch, sagt der Politikwissenschaftler. Um die Themen selbst ging es da gar nicht so sehr. Ob diese Strategie am 3. November wieder aufgehen wird, ist höchst ungewiss. Biden liegt im Umfrageschnitt in Wisconsin rund fünf Punkte vor Trump. Doch ein sicheres Polis ist das für den Demokraten nicht. In wenigen Tagen werden die Milchbauern in Wisconsin deswegen wieder im Fokus internationaler Aufmerksamkeit stehen.